Ja, gib's ihn, Spongebob! Patrick, was machst du denn hier? Ich komm immer am Doppelweichei-Mittwoch her. Aber der Doppelweichei-Mittwoch ist auf Freitag verlegt worden. Abgesehen davon ist heute Montag. Oh, ist heute Mega-Weichei-Montag? Nein, der ist jetzt Sonntag. Altengrütze! Im Superweichei-Schuppen gibt's nen Mega-Montag. Meinst du nicht eher den Monster-Weichei-Montag? Für so'n Gelaber hab ich keine Zeit. Ich muss mich mit irgendeinem üblen Schlägertypen prügeln, sonst komm ich nie in den salzigen Spucknacken. Nein, mach das besser nicht, das ist viel zu gefährlich. Ich hab keine Wahl.